Hallo Freunde! Alu ist ein ganz besonderes Kätzchen mit einem ungewöhnlichen Aussehen. Er kam schon vor längerer Zeit ins Tierheim und wartete sehnsüchtig auf ein Zuhause und einen Menschen, der ihn mit all seinen Fehlern akzeptieren und wirklich lieben würde. Das Kätzchen wurde mit einigen Fehlbildungen geboren und unterschied sich schon von klein auf von seinen Artgenossen. Trotz seiner Besonderheiten wuchs Alu zu einem aktiven, verschmusten und bezaubernden Kätzchen heran, wie alle anderen auch. Er eroberte die Herzen des gesamten Tierheimpersonals im Sturm. Bei dem Kleinen wurde ein Hydrocephalus diagnostiziert, wodurch seine Schnauze deformiert ist. Die Tierärzte konnten bei Alu keine weiteren Krankheiten feststellen und so konnte man ohne Bedenken mit der Suche nach einem Zuhause für ihn beginnen. Die Suche nach einem Besitzer zog sich in die Länge. Niemand wollte das besondere Kätzchen aufnehmen, aber das Personal hoffte auf ein Wunder. Zu diesem Zeitpunkt war Alu bereits ein Jahr alt. Da suchte der Sozialarbeiter namens David gerade nach einem Haustier. Im Internet stieß er auf ein Foto des besonderen Alu und wusste sofort, dass er sich um so ein Kätzchen kümmern wollte. Als David im Tierheim ankam, wurde ihm klar, das war Schicksal. Alu kam auf ihn zu und leckte ihn ab. Ich habe das als Zeichen dafür genommen, dass wir zusammen gehören. So bekam Alu endlich ein lang ersehntes Zuhause und einen liebevollen Besitzer. Das Kätzchen brauchte lange, um sich an sein neues Zuhause zu gewöhnen, aber nach und nach begann sich sein erstaunlicher Charakter zu zeigen. Alu ist immer noch ängstlich und hat besonders Angst vor lauten Geräuschen. Aber er hat so viel Liebe in sich, erzählt sein Besitzer. Am liebsten schnurrt er auf meinem Schoß. Jetzt genießt das besondere Kätzchen sein neues Leben, das ihm sein fürsorglicher Besitzer geschenkt hat, in vollen Zügen. Er liebt es zu spielen, die Fische im Aquarium zu beobachten und es sich auf der Fensterbank gemütlich zu machen. Seht euch diesen hübschen Kerl an! Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos! Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat. Auf Wiedersehen! Geảmert Untertitelung des ZDF, 2020